Wer wusste es von Anfang an? Wie sollte er es auch nicht wissen? Ah. Nun, jetzt geht's. Er vermisst ihn auch. Extrem. Ich frage mich, warum er da nicht auf Naruto aufgepasst hat, derweil. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig, auch die Tatsache, als Naruto ihn als Trainer haben wollte, dass er sich erst dagegen gesträubt hat, wenn er noch wusste, wer er war. Er hätte normalerweise sofort zusagen müssen. Gut, genug in Erinnerung geschwägt. Na halt, Zeit, dass wir weitergehen. Die Tenji-Brücke sollte in diese Richtung liegen. Wie recht oder das Herz herbekommen, weckt wirklich Erinnerungen. Aber du warst in eine andere Richtung unterwegs, noch nicht mit Naruto. Ach du dicker Jährling. Ey, der denkt immer nur an die eine Scheiße, ey, da. Das ist lange her, als ich Emel Gakure besucht habe. Das ist viel zu lange her. So, wir haben keine Anzeige, das heißt, hier könnte irgendwas gleich passieren. Normalerweise müsste er jetzt den Pfeil nach da hinten zeigen. Habe ich nicht, habe ich es nicht, habe ich es nicht gesagt. Sate, ko-ko-kara da. Platsch. Der Prinz, der in einen Frosch verwandelt wurde. 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 Wie geht's das? Ich habe keine Gedanken gemacht. Ich habe alles, die mir zu denken. Ich habe alles, die mir zu verletzen. Nur, ich habe das. Das ist das. Ja, ich habe es vorbereitet. Ich habe es in die Zeit, um mich zu verletzen. Ich habe es gut gemacht. Ich habe es nicht, um mich zu verletzen. Eine klare Struktur. Jetzt. 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 Welche Struktur ist es? Ich habe es geschafft, oder? Der Wind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Pain ist hier irgendwo in der Nähe Also besteht meine erste Aufgabe darin, ihn zu finden Das heißt, wir unterhalten uns mal ein bisschen mit den Leuten Bei so viel Regen können die Blumen nicht richtig blühen Ich mag Blumen sehr, daher finde ich das echt schade Shit happens, Fräulein, first world problems Bis vor einer Weile herrschte in diesem Dorf Bürgerkrieg Aber jetzt ist alles ruhig Ich bin wirklich froh, dass diese Person ins Dorf gekommen ist Welche Person? Wovon reden die? Ich habe dich hier noch nie gesehen Pass auf, dass du nicht ausrutscht Hier wird es glitschig, wenn es nass ist Hier ist es immer nass Es regnet immer Ununterbrochen Zu jeder Tages- und Nachtzeit Ich frage mich, ob der Engel wieder zu uns heruntergekommen wird Sie ist so großartig Sie muntert mich echt auf Jetzt sprechen sie auch noch von einem Engel Was ist das für ein zwielichtige Scheit hier? Hm? Das Geräusch des Regens Ich glaube, es hat sich verändert Obwohl bald etwas passiert Es wird etwas passieren Solange er auf uns Acht gibt Wird es in Amelgakura immer friedlich sein Ha! Das kann kein anderes Dorf von sich behaupten Also ist er ein Ein Kage oder was? Aber hat den einer jemals persönlich gesehen? Ihren Kage? Hm? Dieser Ort ist äußerst verdächtig Was in aller Welt mag da wohl auf mich lauern? Naja, ich muss einfach weitermachen Naja, immer weitermachen Am besten Tja Dann Wie soll ich die Sache anlaufen? Wie weichen diese Person hier aus? Ich wüsste jetzt nicht, was passiert, wenn wir diese Person ansprechen Hallo? Hi Na? Braucht es mich nicht Was haben wir hier? Ich kann nicht nach oben gucken, okay Das muss wohl Wasser gewesen sein Es ist immer Wasser Die ganze Das ganze Dorf ist damit überflutet Es wurde aufgebaut auf Wasser Von oben kommt immer Wasser Ah Ich nervös Hätte das immer so gesagt Die Geschichte von Galanten Jiraiya Das Kapitel über die Suche nach dem Leck mich am Arsch Nach den goldenen Zipfelmützen oder was Moin Was macht denn ihr hier? Unablässiger Regen und so Und Scheiß Wollte ich gerade hier richtig schön philosophieren Bin schon wieder mittendrin unterbrochen worden Naja, weiter geht's im nächsten Screen Das sieht mir verdächtend nach einer Arena aus Ihr Blick ist gleichgültig Leer Kalt Ausdruckslos Genau wie die leere Seite eines Blatt Papiers Was ist das? Das war's. Ich weiß, dass du irgendwelche Worte und ich, indem du von dir meinen Geist bist. Du hast noch nicht geplant, Englisch. Und da sind wir dann als dieu Pause. Also dieu, wie du... die heißen... Das ist wirklich das Ding, Spassierende. Du bist in dieser zwei, schon ziemlich mütig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin nur ein Geist. Ich bin jetzt nicht so glücklich, aber ich bin nicht so glücklich, ich bin nicht so glücklich, du bist nämlich ein ziemlich schwaches Arschloch, weil du verdammt langsam bist und deine Aktionen überhaupt keinen Effekt haben, Kollege. Sie dagegen schmeißt mit Blatt Papier um sich, ja? Das ist saugefährlich, Digga. Haare gegen Blatt Papier. Ach du Scheiße. So, beginnen wir mit unseren lahmarschigen Tricks. Und diesmal erst mal direkt auf die Phrasen. Aufladen. So, was solltest du eigentlich machen? Du kannst nicht entkommen. Was denn jetzt? Wird ich mal zu Bioto gewesen? Das beenden wir jetzt mal ganz schnell hier. Ich hab gesagt, das beenden wir jetzt mal ganz schnell. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Ihr habt nix mehr am Leben und ich kann nix mehr machen. Ja, kann ich mich auch gar nicht besiegen lassen, du blöde Fotze. Ey, das glaube ich... Blöde, Schlampe. Entschuldigung. Komm. Meiner ist ja wieder ziemlich blöd angestellt, Kollege. 40, 55, 2000, 2400, Modelleur in 775.000 Sturmpunkte erreicht. Titel erhalten. Hoppala. Wir gehen auf die 800.000 Sturmpunkte zu. Wir gehen auf die 800.000 Sturmpunkte zu. 35, Kontater Junk Of Devil. Wir gehen auf die 400,000 Stur. Ich bin glän auf die 800,000 Sturmpunkte. しい, nein.